Wir hatten ein Geheimnis-AMA auf der DECON und darüber sprechen wir heute auf jeden Fall. Unter anderem arbeiten DC und Funko zusammen an einem Fidgetal Collectible und ich zeige dir da draußen auf jeden Fall mein neues Tool, um Drops besser einzuschätzen. Das und mehr jetzt alles in diesem Video. Moin Moin und willkommen an Bord. Ich bin's dein Captain und heute am Steuer mit diesen sehr coolen Themen und auch noch sehr viel mehr. Deswegen bleib auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende dran. Und ansonsten, wenn dir mein Kanal gefällt, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Like von dir da draußen freuen. Und ansonsten würde ich aber sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, ganz erstes starten wir hier mit dem Interview rein, was nämlich David und Dan hier an dieser Stelle mit Walker & Williams geführt haben. Das Ganze ist tatsächlich auf der DECON gewesen und in der Viviboov. Das Ganze konnten tatsächlich auch alle sehen jedenfalls. Die dort waren, hören konnte man an dieser Stelle leider sehr, sehr wenig. Das Ganze ist selbst mit den Mikrofons schon etwas schwierig von der Qualität. Trotzdem gibt es auf jeden Fall einige Informationen, die ich auf jeden Fall hier jetzt für euch parat habe. Die erste und wahrscheinlich auch die spannendste ist, dass nämlich die Tokenomics angepasst werden. Und dazu wird in Q4 auch ein Artikel erscheinen, wo wir dann neue Dinge auf jeden Fall sehen werden. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass sie sich tatsächlich relativ grundlegend verändern werden. Das Ganze über Vivi zum Burnen und so weiter wird sich vielleicht auch eventuell erhöhen. Also man könnte zum Beispiel sagen, okay, statt einem Dollar in Omi werden jetzt doppelt so viele Omis geburned. Das könnte man zum Beispiel durchführen. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Vivi oder auch Omi dort an dieser Stelle umsetzen kann. Und ich werde natürlich euch da draußen auf dem Laufenden halten, wenn es dazu den ersten Artikel gibt und die Änderungen für 2023 dann feststehen. Außerdem wurde nochmal die Frage gestellt, was jetzt zum Beispiel Interoperability betrifft. Und hier gab es dann auch die Frage mit Multi-Chains. Und da hat Dan ganz klar gesagt, ja, Multi-Chains werden sie auch sehr wahrscheinlich in Zukunft unterstützen. Das heißt, wir werden dann nicht nur auf Ethereum, sondern auch auf Polygon und vielen, vielen anderen Chains. Unsere NFTs haben, was natürlich auch die Kompatibilität mit anderen Marktplätzen extrem erhöht. Und an dieser Stelle natürlich auch wieder sehr gut für Vivi-NFTs ist. Eine weitere Sache, die mich persönlich sehr gefreut hat, ist nämlich der Weg ins Fidgetil Collecting. Und wer nicht weiß, was Fidgetil heißt? Fidgetil heißt nichts anderes als Digitales und Physisches zu kombinieren. Das heißt, du bekommst ein physisches Collectible und gleichzeitig dazu das Digitale oder andersrum. Was meiner Meinung nach super ist, weil man dadurch etwas zum Anfassen hat. Man hat aber das gleiche auch Digital dabei. Das heißt, du kannst dieses Digitale auch überall mit hinnehmen oder auch in Augmented Reality nutzen, was du halt mit dem Physischen nicht kannst. Hier David aber auch gesagt, dass er das sehr, sehr gut findet auch an dieser Stelle, weil das Physische nie ganz verschwinden wird aus der realen Welt. Und dementsprechend natürlich so eine Fidgetil-Lösung an dieser Stelle super, super cool ist. Und ich bin extrem gespannt, bei was für Collectibles dieses Umsetzen werden. Ob das nur kunstspezifisch ist, wo wir es ja tatsächlich schon gesehen haben, oder ob es auch in die großen Marken mit reingehen wird. Das heißt, Star Wars, Marvel, Disney, DC und so weiter und so fort. Eine weitere Sache, die tatsächlich auch neu war, war nämlich, dass KYC nämlich natürlich auch die Möglichkeiten eröffnet, die Kommunikation unter Usern deutlich zu verbessern. Und ich gehe hier stark davon aus, dass wir in dem nächsten halben Jahr ein großes App-Update sehen werden, wo viele neue Funktionen dazu kommen. Wie zum Beispiel, dass man mit seinen Freunden chatten kann, seine Freunde sowieso viel besser finden kann, untereinander traden kann und so weiter und so fort. Also da hat Dan auf jeden Fall gesagt, dass das eine Sache ist, die natürlich jetzt auch mit KYC dadurch, dass weniger Botter da sind und auch weniger Fake-Accounts dann natürlich auch möglich ist. Und hier halt einfach volle Sicherheit garantieren möchten für die User. Wir wissen natürlich alle, dass man für 30 Euro zwei KYC-Accounts aus Polen oder aus sonst woher kaufen kann. Es ist natürlich an dieser Stelle schwieriger für jemanden, dann das Ganze zu machen. Es ist dennoch aber möglich. Aber allein dieser Fakt, dass man dann endlich mal nach Jahren mehr oder weniger wirklich dann auch mal mit seinen Freunden intern chatten kann, freut mich auf jeden Fall sehr. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wann das Ganze rauskommen wird. Du kannst aber sehr gerne deine Meinung zu diesem ganzen Interview dann hier in die Kommentare schreiben. Und was ich am Ende jetzt nochmal sagen muss und was mir öfters aufgefallen ist, wie oft David Yu betont hat, was für First Editions oder was für First Appearance wir auch teilweise hier auch wie wir haben und wie exklusiv das Ganze ist, das muss man auch einfach mal rückblickend so sehen. Er hat natürlich auch gesagt, die Collectibles, die natürlich in Season 1 gedroppt sind oder auch die sowieso First Appearance, First Edition mäßig gedroppt sind, werden super interessant werden in 4, 5, 6, 10 Jahren. Aber bis dort hin müssen wir erstmal kommen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir bis dort hin kommen werden. Aber wer bis dahin durchhält, der wird glaube ich sehr belohnt. Ansonsten würde David Yu das an dieser Stelle nicht so oft betonen und so einen großen Wert auch drauf legen. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe das auf der D-Con mindestens 5, 6 Mal gehört und wirklich jedes Mal mit einer Betonung, wo man sich wirklich gedacht hat, da muss irgendwas kommen oder wird auch irgendwas kommen. Und das wird auch extrem entscheidend sein für einen Sammler einzukommen. Ich werde euch natürlich da draußen das ganze Interview einmal unten verlinken, das heißt, dann könnt ihr euch das Ganze auf jeden Fall nochmal rückblickend anschauen. Das ist natürlich alles in Englisch, aber ansonsten hier meine kleine Zusammenfassung. Und ansonsten hatten wir ja schon gestern die Diskussion über DC Comics und jetzt, gerade gestern, ist auch ein Video von Kyle Wilson rausgekommen, wo er nämlich hier das Ganze zeigt. Funko teams up with Warner Brothers for DC Comic NFT Release. Und das ist tatsächlich nicht mal ein Comic, was man einfach mal so in die Ecke stellen sollte, denn wir reden hier von einem Comic, was doch schon sehr, sehr teuer ist. Wir reden hier schon so von 25.000 bis 50.000 US-Dollar und das ist schon ziemlich ordentlich. Das ganze NFT wird, wie gesagt, dann hier auch tatsächlich in Walmart verfügbar sein. Das heißt, die physische Version wird es dann hier bei Walmart geben und wird dann, denke ich mal, dort drauf irgendwie einen Link haben, einen QR-Code, womit man dann sozusagen das digitale NFT dann sozusagen sich abholen kann. Finde ich an der Stelle eine sehr interessante Idee und auch eine sehr coole Umsetzung. Es ist natürlich an dieser Stelle ein kleiner Schlag für Vivi. Das heißt, wir haben auf jeden Fall an dieser Stelle nicht die ersten DC Comics, dann auch Vivi. Und wir sehen das Ganze hier tatsächlich mit Funko zusammen. Es ist an der Stelle natürlich sehr schade, dass sich DC an dieser Stelle tatsächlich gegen Vivi entschieden hat, jedenfalls was das angeht. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir in Zukunft dennoch auf jeden Fall die ein oder anderen DC Comics auf Vivi sehen können. Ansonsten schauen wir uns mal den nächsten Drop an und zwar nämlich den nächsten Collectible Drop von Disneyland Paris. Und das Ganze wird am Sonntag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Insgesamt mit fünf Collectibles im Blindbox-Format. Und das Ganze wird hier einmal, wie gesagt, animiert sein, was ich an dieser Stelle sehr, sehr cool finde. Und wir haben hier insgesamt bei den ersten vier eine Edition-Auflage von 1.992 Stück. Alle werden eine Secretress sein und der Listenpreis wird pro Blindbox 60 Gems betragen. Außerdem wird es eine First Edition sein, was natürlich an dieser Stelle nochmal ein Pluspunkt für diese Collectibles ist. Hier haben wir einmal die zweite Variante. Anschließend haben wir hier die dritte Variante. Dann haben wir hier noch die vierte Variante, Pirates of the Caribbean. Und als letztes haben wir dann meiner Meinung nach fast die beste Edition, nämlich Sleeping Beauty Castle. Hier einmal mit dieser sehr coolen Animation. Insgesamt wird es 1.333 Editions haben und natürlich eine Secret-Job und eine First Edition sein. Meiner Meinung nach auf jeden Fall einen Job, den man mitnehmen sollte. Und das hat tatsächlich auch mein Assessment an dieser Stelle bestätigt. Nämlich mit 72 Punkten ist das hier auch ein Kaufwert laut meinem Assessment. Ich habe dazu ein Assessment erstellt und du wirst dich jetzt natürlich fragen, ja was ist denn das jetzt für ein Assessment. Und das ist im Prinzip, ja wenn man das so haben möchte, ein Tool, wo ihr sozusagen emotionsunabhängig entscheiden könnt, okay wie schätzt ihr das NFT ein und am Ende kommt eine Punktzahl raus, wo ihr dann sozusagen einschätzen könnt, ist das Ganze jetzt hier ein Kaufwert oder ist das eher ein Gamble, ein Skip oder generell eher vom Kauf sowieso abzuraten, weil das komplett unter den Jobpreis geht. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal ganz kurz an, ich werde euch den Link zu diesem ganzen Tool einmal unten in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr euch das selber mal anschauen und für euch ausprobieren. Und wenn ihr dort irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder Ideen habt, wie man das Ganze noch optimieren kann oder wie man das zum Beispiel hier nochmal besser aufteilen könnte von den Prozenten, schreibt mir das auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn das Tool ist natürlich nur von mir momentan entwickelt. Ich bin natürlich an dieser Stelle auch auf euch von eurem Feedback abhängig, dass das besser und noch präziser wird. Aber ansonsten haben wir auf jeden Fall insgesamt sieben Dinge, die auf jeden Fall hier Einfluss nehmen auf das Ganze Collectible, wie sich das preislich entwickeln könnte. Da haben wir natürlich die Lizenz, die Editionzahlen, dann einmal natürlich wie auch die allgemeine Marktstimmung ist, wie populär der Character ist bzw. das Collectible was droppt, dann den Preis, dann ist das Ganze animiert und was für ein Edition-Typ ist, dass es heißt First Appearance, First Edition, das sind so die Kategorien, die ich auf jeden Fall hier erstmal mit einbezogen habe und dementsprechend auch prozentual die auf jeden Fall mit einbezogen habe. Wenn du dazu auf jeden Fall jetzt noch, wie gesagt, irgendwelche Ideen hast, schreib mir die unbedingt in die Kommentare. Und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle tatsächlich auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, würde ich mich natürlich selber ein Like von dir da draußen freuen und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Käpt'n. Ciao, ciao.